Ja, hallo und herzlich willkommen zurück. Darf ich die Zuschauer noch begrüßen? Nein. Nein. Gut. Nein, das mache ich demnächst. Achso, na gut. Ja, als erstes, wir haben einen Namen für die Treppe. Wir haben einen Namen für die Treppe und zwar von? Von Mr. Verknallt. Genau, Mr. Verknallt, oder? Genau, und der Name ist? Der Aufstieg in die Freiheit. Ja, dann pinseln wir das mal an das Schild, ne? Juhu. Ich mache das. Gut, krass. Ich muss eben das Loch eben kurz angucken, was er schon wieder da ist. Man hört noch Creep. Oh mein Gott. Nein. Das ist sehr traurig. Ja, da wollen wir doch eh in die Treppe. Los, komm, dann gehen wir mal da hin. Ja. Was? Mein Gott, wie oft stirbt der noch? Das ist ganz angst. So, 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 so. Oh Gott, ein Enderman. Was? Ach da, ja. Noch einer. Oh Gott, hier ist noch einer. Und hier ist ein Creeper. Oh mein Gott. Was ist denn hier unten los, ey? Wie will sie Party? Da ist noch einer. Da sind übelst viele hier. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Da ist noch ein Creeper. Pass auf. Oh Gott. Abenteuer hier. Warum sind denn hier so viele Tücher? Ich weiß nicht. Egal, komm. Ja, das ist echt gefährlich, zu der Treppe zu gehen. Wir sollten hier mal mehr Fackeln aufstellen oder so. Die Treppe. Oder auch der Aufstieg in die Freiheit. Das sind meine Sachen wieder. Das hat schon wieder überzielt. Du kannst mich beschützen, wenn ich das mache. Ja, ja, ich beschütze dich. Yay. So. Abgebaut. Wee, er macht die Treppe kaputt, dann rass ich aus. Die fehlen überall Blöcker. Ja, bedank dich bei den Endermans. Ist halt ein Server, die Endermans klauen auch, wenn wir offline sind. Pass auf, da sind zwei Creeper da unten. Du rennt dafür dahin. So, ist Schild wieder neu da? Er beschriftet noch. Ja. Das ist ein toller Trommel, wenn wir sein, aber so lange kann ich das nicht. That's true. Du 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 du. Du 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 du. Jetzt verstehe ich. Und jetzt ist es fertig sein. Ja, aber. Ach. Der Aufstieg in die Freiheit. Von Mr. Verknallt. Da da. Da ist die Treppe. Mit Cola am Ende. Sehr gut Mir ist schon wieder irgendwas eingefault Was ich bauen wollte Aber jetzt habe ich es wieder vergessen Die Informationen waren so wichtig, dass du sie jetzt verbreiten musstest Ja Du bist alt Ich weiß noch, was ich bauen wollte Ich weiß noch nicht mehr, wie das war Ich habe ja schon den ersten Turm gebaut Hat man ja in der letzten Entschuldigung gesehen Was wollte ich denn bauen, Mann Wieso sind hier so viele Creeper, ey, das regt mich so hammer auf Wieso habe ich hier jetzt doch keine Musik an, das regt mich auf Okay, die ersten paar Minuten haben wir schon wieder ohne Musik Schon wieder Das musst du erklären Ja, äh, ne Okay, es ist für euch das erste Mal ohne Musik Oh Mann Was baue ich denn Oh Mann Ja, äh, ne Ich habe gerade hier Ein Ratgeber, der hilft, die Entscheidungstreffen, was zu bauen Auch nicht verkehrt Sie waren es In der Anstellung Auch ein Turm Nein Wie ist das eigentlich Wie ist das eigentlich, wie ist das eigentlich, wir holen uns ja jetzt einen neuen Server, ne Äh, wie machen wir das eigentlich mit der Map, wird die eigentlich übernommen oder müssen wir eine neue machen Äh, wenn wir auf den Server gehen, werden wir eh mit 1.9 anfangen erst Und dann machen wir natürlich eine neue Map Ah, okay Obwohl ich könnte natürlich dieses wunderschöne Startgebäude von uns da rein editieren, aber Können die Zuschauer noch mitentscheiden, solange es noch nicht, äh, feststeht Ja Ob sie dieses Ach so, ach so schöne Gebäude Mit drüben haben wollen Oder ob wir was Neues bauen sollen Ja Können sie gerne entscheiden Ist ja noch ein bisschen Zeit, weil, ähm, äh Ich weiß nicht mehr, wann eins noch rauskommt Hab ich vergessen Hast du das vom 18. November gesagt? Ist ja gar nicht mehr so lange Nö Eine Woche Denn machen wir das Ach so, hab ich übrigens erwähnt, dass wir jetzt, äh, mit dem Textrapack Minecraft spielen von Honeyball, ne, ne Ne, hast du noch nicht gesagt Dann sag ich das auch nicht mehr Mit winzigen Änderungen Ja, mit, mit winzigen Änderungen, genau Das haben wir aber schon gesagt Ich würde mal im, äh, äh, im Musikbereich sagen, äh, Featuring oder so Featuring Genau, Featuring Featuring, ha Weil ich mich am Arbeiten im Baum drin und hab meine Akte, äh, meine Akte ist kaputt empfangen Dann wirst du dir wohl eine neue machen müssen Ne, ich bringe jetzt nicht wieder runter vom Baum Wir treten oder so Denn auch der neuste jetztagt Baum Jumping, yeah Hey, mich hätte doch nur noch besser im Kopf, was ich bauen wollte unbedingt, weil das irgendwie total Kohl war Irgendwo wirklich so zu sehen muss keine Aussage mit Händen niemals die Schwerverletzten von den Fieberangriffen reinkommen um denn ich will Dauergast werden die Erfthilfe müsste ich die St wenn man sich das Video so ist es irgendwie hast du dich diese Scheißbäume die die riesig groß sind wo überall Baumstämme drin sind sie sind trotzdem episch in meinem Let's Player will ich das auch mal, dass ich die hasse die sind ja auch furchtbar die sehen immer das negative deswegen baut mir Birken an ich habe voll die üblenden Schankladefehler hier ach da oben war das jetzt habe ich alle Bäume alle Stämme ja ne das geht meine ja noch nicht mal Birken oder so ne wer hat denn da gerade so gepiept das ist weil ich Uff Sprüggung weil ich bin da passiert ich bin vom Baum gefallen muss man auch erst mal schaffen haust du da eine kleine Insel hin ja eventuell ok ok wenn das so klappt kleiner Privatbereich für uns ja jetzt war gerade meine Frame Rate weg, super zum gut sehen wir es nicht noch in den Videos hinterher ich weiß nicht ganz genau das schauen wir uns überhaupt nicht an wenn irgendjemand Baum haben brauchen wir über viele Baumsamen du meinst jetzt länger mein Liefer hab ich denn dabei hab ich sehr gut die 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 das irritiert einen übelst wenn man nachher Musik hört und dabei der noch irgendwie noch die ja die Musik ist gerade sehr leise von daher passt das schon der Noël High kommt sehr gefährlich hier aber ich hab jetzt mal genug ja ich hab auf jeden ich hab 52 Baumstämme aus einem Holz gekriegt das kann nicht sein äh aus einem Holz aus einem Baum gekriegt das war ein verdammt großer Baum das kann doch nicht sein ich baue mal den Anliege Platz mal ein bisschen aus dann können wir bald auch mal ein bisschen mit dem Boat rumschwimmen Boat? am besten wäre es wenn du ihn vielleicht so ein bisschen nach links verlegst genau da wo du stehst so so in die Richtung ich denke dann weicht man es noch auf ich hätte auch so einen riesigen Hafenbord ne das ist ja falsch obwohl man könnte auch ich mach's einfach mal alles was das jetzt begehrt hab ich das denn jetzt so gemacht oder nicht? nice Olga nice Olga da muss ich gleich ich brauch' ne Axt das wird cool was denn das sich überraschen die erste die Schülmöse in der Minecraft WG weil es so macht und mit in der Axt der Rudi Raga das ist ein Storbrit das ist ein Storbrit äh, die machen das immer so übelst hoch, so Minecrafty dabei kommt das im Intro Minecraftyy wir haben das Intro gemacht, das bist du schuld nein das Spruch war ja zuerst da und, lass mich in Ruhe Niemals wir haben gesagt, mein Intro ist toll ja, wie gesagt Lügen die Lügen schlafen geht das grad ich weiß nicht mehr, wie ich es auf der anderen Seite gebaut hab ja, ich komm, äh, ich bin grad weit weg ist schwierig ah super haha zack ah was baut die jetzt eigentlich alle so schönes? na, ich bau den zweiten von diesen Türmen ah eine Insel die müssen ja nicht alle gleich aussehen die Türme, ne? hm ich weiß nämlich nicht mehr wie ich den ersten gebaut habe ja obwohl ich grad auch schon vorbei gerannt bin ich denk mal, er sieht ähnlich aus ok was mit dem zweiten? achso, den brauchst du ja der ist fertig jetzt ah, ok jetzt nehme ich noch meine Workbench mit und dann komme ich zum Schlafen hm achso, wir sollten eigentlich unseren zweiten Stock fertig bauen, oder? ja, das wäre mal was schönes dann mach ich mich da jetzt gleich mal ran auch mehr, braucht man eh noch Holz so na, wo sind die Typen denn? wo seid ihr? ach nee, geht ja gar nicht ich muss sie noch zumachen boah, ich hasse ja in der ne da sind Zombies na, warum gibt's bei uns so viele Monster? ihr ist doch zum Kotzen die finden dich auch zum Kotzen nein hm ich muss mal grad noch irgendwas machen, dann komme ich sofort oh ich lege schon mal ich brauch noch nicht das zweite Stock, weil ich mach gleich noch was anderes erst was denn? das verrate ich nicht oh das ist gemein jetzt sind wir ganz traurig ja, könnte auch sein was habt ihr denn da für ein Holz hingebaut? hab ich hingebaut, lass das sehen ich hatte nicht vor, das jetzt abzureißen ach, Mann immer fragt er, was mit dem Holz da ist, oder mit der Erde da und am Ende wundert er sich, dass da was ganz tolles draus kommt wieso stellst du uns immer in Frage? wo ist Noelle? ich komm ja eine mene Miste, ich nehme heute diese Kiste das ist mein Bett schäm dich, schäm dich einfach ok oh was machst du da? weine weine doch ok jetzt legt euch schlafen gute Nacht gute Nacht oh, schon wieder morgens schnell geht jo, ran an die Arbeit so muss es in real life sein, ey pass mal auf und gleich gehst du raus und baust irgendwelche Dinge an mit den Händen ah, Creeper, 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 Creeper mit den Händen Holz anschlagen super das ist boah, was ist denn da los? Zombie Parade, guck mal bei Noelle jetzt müsste man einen Beatboxer haben was, ein Beatboxer? ja ich bin Beatboxer aber